Hi Metalheads, herzlich willkommen zu einem ziemlich harten Workout für einen ziemlich starken Rücken. Eine kräftige Rumpfmuskulatur ist ja nicht nur wichtig, um zum Beispiel Rückenschmerzen vorzubeugen, sondern auch für den weiteren Muskelaufbau. Daher fokussieren wir uns zwar heute hauptsächlich auf die Rückenmuskulatur, machen aber auch ein paar Übungen, die den gesamten Rumpf herausfordern und auch was für die Bauchmuskulatur. Wir machen jede Übung mit euch mit und blenden in der Pause immer die nächste Übung ein, so dass ihr wisst, was als nächstes kommt. Wer es noch etwas schwerer haben möchte, der hat die Möglichkeit dazu, denn wie fast in jedem Workout von uns gibt es bei einigen Übungen noch eine schwerere Variante, die dann auf der rechten Seite zu sehen sein wird. Und so habt ihr auch immer die Möglichkeit, euch innerhalb des Workouts zu steigern und an euer aktuelles Niveau anzupassen. Alles, was wir heute an Equipment brauchen, ist eine Sofakante oder irgendwas ähnliches und ein Gewicht, also eine Handel oder meinetwegen auch eine Gitarre, Kind, Zimmerpflanze, Haustier, was ihr halt gerade so da habt und eine weiche Unterlage oder am besten eine Matte. Gleich die allererste Übung ist super effektiv, kann aber tatsächlich ganz gerne mal falsch ausgeführt werden, das berühmte Kreuzheben. Falls ihr die noch nicht kennt, solltet ihr die vorher noch ein paar Mal ausprobieren, vielleicht mit einem Hocker oder mit einem Stuhl, das geht ganz gut, und auch vor einem Spiegel, wir zeigen euch erst einmal schnell, wie diese Übung funktioniert. Dafür steht ihr in den Knien die ganze Zeit leicht gebeugt und fasst den Stuhl dann an der Sitzfläche an und jetzt stellt ihr euch vor, ihr hättet einen Stab, der genau durch eure Hüfte geht. Das ist euer Scharnier. Und mit die ganze Zeit langem, geraden Rücken dreht ihr euch jetzt ausschließlich in diesem Scharnier, also in eurer Hüfte, bis der Oberkörper aufrecht ist und senkt den Stuhl dann wieder ab. Also, so sieht die erste Übung aus, wenn ihr aufgewärmt seid und bereit, dann geht's jetzt los. Das ist es, wenn ihr aufgewärmt seid, wenn ihr aufgewärmt seid, Er ist ein Stuhl, das ist ein Stuhl,�� 10er Lyft, bis der Oberkörper aufrecht, er ist ein Stuhl,. Es ist ein Stuhl, dies ist ein Stuhl, das ist ein Stuhl, Ich bin ein Stuhl, das ist ein Stuhl, das ist ein Stuhl, das ist ein Stuhl. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 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 ZDF, 2020 Untertitelung des 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 ZDF, 2020